Okay. Drei, zwei, eins, go! Oh, schon ein dynamischer Antritt. Was, äh, das ist ja, das, wenn man es versuchen würde mit dem Computer zu berechnen als Grafik, würde man es wahrscheinlich nicht so gut hinbekommen wie du. Ich bin kein Fachmann, aber ich würde mal sagen, das sieht mir ziemlich nach einem neuen Weltrekord aus. Keine Ahnung. Ich habe es mir angeschaut, das war absolut, absolut unglaublich, wirklich, also perfekt, besser geht es nicht. Der alte Rekord war 27 Zentimeter, der neue ist 26, ein neuer Guinness World Record. Großartig. Großartig. Genau. Ganz so schnell. Unfassbar. Wie schnell ging das denn? I don't know. Thank you. Ja, weiß ich gar nichts mehr. Dankeschön.